Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Graveyard Keeper. So, ja, wir sollen die Mühle helfen zu reparieren. Dazu reden wir mal mit dem Müller. Mir ist lange ja nichts da. Ähm, ich will dir dabei helfen, die Mühle zu reparieren. Weißt du, was der Mühle fehlt? Du kannst ja gerne versuchen, sie zu reparieren. Ich habe es selbst versucht, aber es ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich habe die, ich habe das, diese Gebrauchsanweisung für dieses Ding, aber sie, aber da sie steht, sie ist auf Latein. Oh Mann, zu Hause schimpfe ich über Menschen, wir schimpfen wie über Ikea. Oh Mann, dass sie den Namen auch so sagen dürfen, ist auch ganz witzig. Da steht, ähm, was wir Stein brauchen, Stahlteile und in Ordnung. Mal gucken, was wir da machen können. Wo ist die letzte Seite? Äh, es gibt keine Bilder, also habe ich gedacht, das sei nicht wichtig. Und das Papier war so weich. Ich verstehe. Nun, Geometrie ist nicht meine Stärke. Ich glaube, der Astrologe muss hier mithelfen. Mhm. Okay. Äh, ja. Gut. Astrologe, das ist auch wieder. Gut, wir haben wenigstens was zu tun. Morgen können wir mit dem Glatten sprechen, wegen der Frau Anmut. Dann gucken wir mal. Hm. Machen wir wieder etwas Bier? Ich habe kein Hoppen, kein Weizen mehr liegen. Nee. Nee. Die ist nicht gut. Dann bringe ich mal das ganze Zeug hier weg, was wir hier angesammelt haben. Mhm. Alles ein unnötiger Tant. So. Äh, die Federmausflügel lege ich mal hier ab, in Ermangelung von besserem Platz. Ja, das Chaoszeug kann hier hin. Ähm. Die Pilze könnte ich eigentlich gleich verarbeiten. Weiß nicht. Ich glaube schon. Aber das würde jetzt, glaube ich, eine Weile dauern. Ja, das dauert zu lange, um das Ganze hier jetzt einfach mal so auf ad hoc zu machen. Ähm. Bam, bam. Die Geschichte können wir hier aber weggeben. Ja, ich mache jetzt einfach mal die zwei... Damit es ein 20er wird, damit das ein schöner Stack ist. Na? Bei solchen Spielen habe ich sowas. Ja, das passiert immer wieder mal. Äh, ja. Nur mal die Giftlösung hier weg. Äh, da, die, da, 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 da. Warum habe ich eigentlich diese komischen Holzsteckerl da rumlacken? Brauche ich doch nicht. Braucht die denn niemand? Wenn sie aber kommen, na, dann lasse ich sie in der Ecke liegen. Ja. Äh, ich stelle sie mal hier rein. Gut, das Bier kann ich jetzt nicht wirklich viel mitmachen. Äh, da, die, da, da. Gute Frage. Was können wir jetzt als nächstes tun? Sinnvollerweise. Äh, so. Wir müssten uns erstmal um den Schmuck kümmern. Also, Frau Anmut will Schmuck. Hm. Mal schauen. Ich lasse jetzt erstmal das, das Wasser hier drin. Eine Mangelung eines besseren Orts dafür. Ähm, ja. Der Schmuck, den Juwelierstisch. Gucken wir uns den mal an. Schmuck. Mhm. Okay, also, wir können einen Schmuck machen. Ein Damascener Schwert. Das kriegen wir hin. Gut, dann gucken wir uns erstmal mal an. Ich brauche nämlich wieder Glauben. Ich sollte mal so den Glauben 50-50 machen. So ein bisschen was im, Ding in, in der Handwerk drüben lagern. Und ein bisschen was hier mit, hier lagern. Äh. Machen wir mal so halb, halb. So was in der Richtung. So. Gut, die Maus, der Maustage verschwindet. Sehr schön. Dann brauche ich mir nichts daran zu tun. Äh, Weizen habe ich jetzt gerade nicht dabei. Mhm. Komm schon. So. Dann gucken wir mal. Ich brauche als erstes Schmuck. Mhm. Oh, das dauert eine Ewigkeit. Verbraucht nicht viel Energie, aber verbraucht ewig Zeit. Oh. Solche sind mir überhaupt nicht lieb. Solche Sachen. Nja. 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 Warum? Entwickler. Naja. Okay, dann. Äh. Machen wir mal einen Schmuck. Weil das will ja die Frau Anmut haben. So. Und dann brauche ich drei davon. Mhm. So Leute, das wird jetzt eine Weile dauern. Bis wir das haben, dann können wir nicht das Damaskinerschwert machen. Und dann sollte sogar für... Können wir auch tatsächlich am Greet Day, also am Rachtag, äh, tatsächlich wieder, was, äh, Greet Day ist es nicht, Greet Day ist es morgen, ähm, Rachtag ist es übermorgen, können wir am Rachtag sogar an Schlange das Damaskinerschwert geben. Das heißt, wir haben dann jeden Tag was zu tun, bis auf, an glatten, äh, Ding, bis auf Hasstag, weil wir das, ähm, Bier noch nicht so gut haben. Hm. Naja. Wollen wir mal, können wir hier vielleicht ein bisschen Bier kombinieren. Hm. Das Bier schmeckt nur das erste Mal gut, anscheinend. Mhm. Okay. Gut, gut. So, dann Damaskinerschwert. Moment, man braucht ein Juwelier besetztes Damaskinerschwert? Ja, es gibt nur ein Juwelier besetztes Damaskinerschwert, okay. Ähm, gut. Dann gucken wir mal, wir haben hier ein Juwelier besetztes Damaskinerschwert. Ich würde gerne auch ein eigenes haben, das heißt also, ich brauche nochmal drei Gold. Aber so viel habe ich nicht. Ein, ein Gold an sich. Wir müssten auch mal schnell zum Steinbruch tickern und uns mal dem antun, ob sie nicht da Gold gefunden haben. Ja. Beim Abbauen. Mhm. Nicht genug Ressourcen, das weiß ich. Gut, dann brauche ich aber wenigstens wieder einen Schwertersatz. Mhm. Genau hier. So. Ablegen. Ausrüsten. Gut. Trinken wir mal ein Bierchen. Das Goldschmuckzeug tue ich hier. Den Schmuck lasse ich im Inventar, sonst vergesse ich ihn. Den Glauben lasse ich auch mal hier. Okay. Ähm. Dann, dann. Wir können ja mal kurz gucken. Haben wir schon wieder Gold da? Nein. Gucken wir mal zum Steinbruch. Da waren wir jetzt nämlich auch schon die ganze Zeit lang nicht mehr. Mh. Jo. Hier ist Stillstand. So, dann verarbeiten wir mal das ganze Erzzeug hier. Auch eine wichtige Sache. Mhm. Nur auch ein bisschen Silber, vielleicht ein bisschen Gold. Mhm. Hauptsächlich Silber. So. Hier noch ein. So, können wir sonst noch irgendetwas machen. Wir haben jetzt natürlich nicht besonders viel von dem guten Zeug hier. Was wir brauchen, um den Marmor zu bearbeiten. Weil Marmor ist montan unser größtes Ding. Hier, was was dann machen wir einmal hier weg. Und setzen wir einen wieder hier ran. Das sollte dann nicht so wirklich Probleme machen. Der. Hier, der Eisenvorrat bleibt da erstmal stehen. Jetzt ist nicht unbedingt viel verbessert. Gut, dann. Heute ist. Greet Day. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen schlafen. Porten uns dann zum toten Pferd. Und reden mal mit dem. Reden dann mal mit dem. Händler. Ja, wir können uns noch nicht porten. Scheiße. Scheiße. Ja. Gut. Dann halt eben nicht. Mache ich das hier oder mache ich das in der. Nee, mache ich unten. Gut, gut. Organisationsmanagement, meine guten. Meine Damen und Herren. Nein. Sehr wichtig. Hier ist ja genau die Kante. Da kann ich nicht drüber. Kann ich nicht drüber? Kann ich wieder potten? Ja, ich kann potten. Dann gehen wir ab nach Hause. Dann tue ich hier mal das Erz einschmelzen. Ah, genau. Hier machen wir mal 21. Und hier 18. Ja, okay. Mehr geht gerade nicht. Oder anders geht gerade nicht. So. Müssen Sie es eher formulieren. So, hier ist Erzkrann rein. Den Kuchen blau halte ich mal. Den Silberzeug tue ich mal wieder hier hin. Und den Rest nehme ich mal mit. Dann gehe ich mal ab in die Schattat. Ja, kommt schon. Ich glaube, wir haben diesmal nicht so viel verkauft. Aber es sollte dennoch einiges an Gage geben. Weil wir brauchen bald wieder welches. Mhm. Welchesjenige, ne? So, quatschen wir erst mal mit ihm. Ähm, Zeremonie handeln. Genau. Ich brauche ein bisschen Goldschmuck. Oder ich brauche Diamanten. Das ist... Das habe ich gar nicht so viel Geld gerade da. Ich kriege erst Geld, wenn er wieder geht. Ah. Oder nein. Ich habe es bekommen. Yay! Handeln. Was genau brauche ich von ihm? Eigentlich Diamanten. Hm. Goldschmuck wäre aber auch nicht. Also wäre auch nicht ganz von schlechten Eltern. Hm. Gedanke hauptsächlich in die Diamanten. Das sind unser Rest des Problems momentan. Hm. Hm. Ah, ich habe die Unterstützung von Frau Armut noch nicht bekommen. Weil sie noch mit dem... Ja, ich muss also erst mit den Astrologen was tun. Gut, dann... Das hier halt. Mhm. Gut, ich habe wieder Diamanten. Damit geht auf jeden Fall wieder was voran. Naja. Neuro. Könnte vielleicht noch ein paar Kisten machen. Schnell. Ob die rechtzeitig dann geliefert werden, ist eine andere Frage. Hm. Sehe ich ja gleich. Hier ist auf jeden Fall unser Kürbis fertig. Mhm. Sehr schön. So. Kürbis. Zwiebeln. Und das boi anu. Mhm. Gebt mir mal kurz euer Zeug. Mhm. Gut. Hier ist kein normaler Kürbis. Ist auch in Ordnung. Okay. Hier. Kürbis. Ab in die Kiste damit. Mhm. Zwiebeln kann ich ganz drei machen. Wow. Sehr schön. So mache ich das. Mhm. So. Wenn ich Glück habe, wird das noch rechtzeitig geliefert. Was ich nicht glaube. Okay. Von dem anderen Zeug kann ich momentan noch nichts machen. Mhm. Goldkürbis. Ist auch schön. Mhm. Silberkürbis habe ich nicht genug. Goldkürbis habe ich auch. So. Hier. Okay. Okay. Dann mache ich hier mal Komposcht. Mhm. Ich versuche hier ja momentan den genug Goldkürbis Saat zu bekommen. Damit wir auch tatsächlich hier ähm. Damit wir auch tatsächlich hier an das automatisiert können. Beziehungsweise allgemein Goldsaat. Ne. An der Silberza- äh Silber. Saat hängt es ja nicht momentan. Gut. Wir nehmen hier mal kurz den Kompost raus. Und. Ja. Geht nicht. Okay. Was ist das Problem? Hier auch die Maden. Den Komposcht. Ja. Ey. Den dicken Maden. Nein. Goldzwiebeln. Silberzwiebeln. Den Weizen behalte ich erstmal. Den brauche ich nämlich noch. Und. Habe ich hier irgendwas noch liegen? Ne. Gut. Dann. Sorte ich mal wieder etwas um. Ja. Mit dem Goldkürbis. Das braucht noch eine Weile. Bis wir das soweit gepimpt haben. Das. Dauert noch eine ganze Weile. So. Dann würde ich sagen. Pimpen wir auch gleich mal. Den Boden wieder. Okay. Moment. So. Dann. Machen wir wieder Kürbis. Bei den Silbernen. Mhm. Wieder Schnelligkeit. Qualität. Oh. Jetzt habe ich den doppelt gegeben. Oder? Nja. Und. Ne. Kürbis reicht es nicht. Und. Das selbe machen wir auch mit Zwiebeln. Veredeln wir mal die Saat. Mhm. Okay. Und. Das kann ich jetzt gerade nicht viel mehr machen. Mhm. Ich müsste wieder Kürbis. Äh. Kürbisse kaufen. Also Kürbissaat kaufen. Beim. Hennen. Ding. Beim. Beim. Dingenskirchens. Beim Bauern. Das kann ich eigentlich morgen machen. Also. Ingame morgen. Mhm. Können auf jeden Fall Schlange das Damascena-Schwert geben. Warum ist die Quest von Schlange immer dann fertig, wenn ich mit meiner Stimme langsam am Ende bin? Pff. Oh Mann. Oh Mann. Dann muss ich mich immer mit Schlange quälen. Mit Grima der alten Kanulle. Ah. Das lege ich mal hier hin. Mhm. Ich habe einen Haufen braunen Hopfen. Ich habe aber auch ein bisschen Goldhopfen. Das ist auch schön. Und wir haben auch Goldhopfensaat. Das ist noch viel schöner. Ah. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So mag ich das, wenn das läuft. Mhm. Wir haben viel Braunhopfensaat. Mhm. Und dann. Ja. Das goldene Bier kommt bald. Kommt bald. Mhm. Und dann gebe ich denen auch mal wieder den Golddünger. Das kriegt. Oh, Moment. Ich gebe denen einfach mal alles den Golddünger. Mhm. Dann ist unser letzter Golddünger damit aufgebraucht. Mhm. So. So. Und. Der kriege ich erst einmal hier. Zwei Silbersaat vom Hopfen. Möchte ich nämlich pimpen. Und der Rest kann mit, ähm, braunen Hopfen aufgefüllt werden. Wir müssten langsam mal von dem Zeug was verkaufen, weil das bringt sonst nicht besonders viel, wenn ich das immer nur hier so im, ja, im Sermon hier gerade mache. Hier kann ich gerade nichts anpflanzen, gell? Ich habe nichts vollständig da. Gut, dann halt nichts. Können wir jetzt mal mit der, mit der, mit der, mit der Weinsaat weitermachen. Mhm. Gut. Silber hat es anscheinend nicht, also Silberwein hat es nicht besonders gebracht. Der hat so, den verliert, den verlieren wir konstant gerade. Mhm. Silberwein hält sich nicht gut, während der Goldwein geradezu explodiert. Das ist schön. Mhm. Muss an meiner gärtnerischen Ausstrahlung liegen. So. Mal schauen. Yep, das Game mag es gar nicht, wenn es Zeug in der Gegend herumliegt. Wahrscheinlich der Grund, warum es rausgepatcht hat. Hehe. Gut. Goldwein hat es diesmal auch ein bisschen an den Schlag abgekriegt. Ja. Bei ihnen wahrscheinlich Pflanzen unter seiner Qualität. Ah, wobei. Nee, wir haben eigentlich ein mehr gemacht. Sehr schön. Meine können das so machen. Hier, Goldwein, Saat. Mhm. So, 36 goldener Wein. Sehr schön. So mache ich das. So, ähm, genau. Heute ist Greed, äh, Ding, ähm, Envy. Machen wir mal etwas Zwiebel. Sehr schön. Hat der Wein uns ein bisschen was gebracht. Äh, was sagt er denn? Das Bier. Das gute Bier. Bringen wir das Zeug mal in den Keller und reden dann mit Schlange. Grima, der alten Zunge. So. So. Äh. Hier. Von dem Zeug auch etwas. Weg damit. Als erstes können wir wieder ein Bier ansetzen. So. Machen wir mal wieder etwas braunes Bier. So dunkel, äh, so braun, äh, so braun im Sinne von, ja, braun, ne? Gibt's nicht so viel Auswahl. Und hier könnten wir wieder etwas Silberwein ansetzen. Also, in dem Fall die Presse. So, und hier haben wir bald richtig viel, viel, viel Goldwein. Also, wir können fast wirklich anfangen damit, den Goldwein so zu trinken. Weil wir haben wirklich mehr als genug davon. Mhm. Gut. Können wir mal den Goldwein hier reinsetzen. Und hier machen wir den Gold und den Silberwein. Das gibt's zumindest immer an Silberwein. Ja, sehr schön. So. Hier, den können wir Weizen neidern. Und ja, gut, jetzt gehen wir mal zur Schlange. Ah, der alte Flussbewohner. Damascenerschwert habe ich dabei. Gut, habe ich. Gut. Dann quatschen wir mal mit dem. Okay, ich habe das Damascenerschwert, das du haben willst. Ah, das ist ein schreckliches Schwert. Und dein Timing ist perfekt. War nur Spaß. Ich folge dir schon ne Weile. Und ja, mir ist bewusst, dass du das Schwert hast. Das ist mein Gefolge. Sie haben hier versammelt, um Zeugen meiner Macht zu werden. Hier ist es ganz schön unheimlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Ja, ich glaube, du hast recht, man. Also, muss ich mit diesem Schwert, ich muss dich mit diesem Schwert töten und dann kehrst du von den Toten wieder zurück. Wow. Wie hat Schlange das nur angestellt. Er muss so mächtig sein. Ey, das sagt gar nicht Schlange. Wir sollten ihn anbeten. Richtig, Bruder Wachturm. Blah, blah, blah. Das ist gar nicht in Ordnung. Buh. Erzittere vor meiner Macht über das Leben und den Tod. Das sind nur leere Worte. Folge mir und werdet unsterblich. Boah. Das war uncool, Schlange. Du bist tot. You are dead. Not big surprise. Du musst zur Schlange zurückkehren. Es fehlt eigentlich irgendwie so diese Dark Souls-Geschichte. Also, diese Dark Souls-Einblende, ne? So, hier. Schmeiß mal noch ein bisschen Bier an. Bevor wir zur Schlange gehen. Hm. Ich hab grad frisch Spiel gemacht. Wollt ihr auch? Oh ja. Sehr gerne. Hier, Bruder Wachturm. Oh man. Wachen, Wachen, by the way. Terry Pratchett. Und deswegen haben wir hab ich euch belogen. Aber ich aber ich werde euch nie belügen. Nach dem dunklen Ritual werden sie alle unterwerfen. Nach dem dunklen Ritual werden wir sie alle unterwerfen. Das ist er. Er ist am Leben. Er ist unsterblich. Seht her. Mein erster Gefolgsmann. Jetzt geht nach Hause und erwartet meine Befehle. Mein Leben wird nie mehr das Alte sein. Heil Schlange. Müssen wir jetzt immer noch zur Küche? Immer noch zur Küche? Er hat recht. Ich brauche Veränderung. Ich bin echt beeindruckt von der Sterbezene. Was? Das war echt dramatisch. Also von der Sterbezene. Ja. Sind wir hier fertig? Klar, ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Aber ich bin dein Mann. Mann. I'm your man, dude. Glaube ich, heißt das dann oder so ähnlich. Wegen dem Ritual gehen. Endlose Notizbuch will er mir auch nicht geben. Gut, dann schauen wir mal NPC-Quests. Hilfsschlange bei deinem bei seinem Ritual. Äh, ja. Das habe ich getan. Oder muss ich das jedes Mal tun? Das wäre doch ein bisschen arg nervig, oder? Also, das macht es nicht besser, dass das ganze Spiel hier mit dem ganzen Dialogsystem nicht ganz so optimal läuft, aber, ja. Hm. Okay. Damit haben wir Schlange abgehakt von der Liste. Ähm. Bekomme Überzeugung, Überstützung von Frau Anmut. Dazu müssen wir mit dem Astrologen erst quatschen. Ja, morgen ist ein freier Dach. Also ingame. Das heißt also, ja, nö. Wollen wir nicht wirklich viel mehr tun. Passt. Okay. Ähm. Silberwein. Was weiß ich, kann eigentlich wirklich... Es ist wirklich null Aufwand einen Silberwein zu trinken. Also, es macht keinen Unterschied groß. Das Bier könnte ich eigentlich auch wegzischen. Naja. Bis wir erst einmal das höhere Zeug qualitieren, bis wir das Zeug verfeinert haben, wird das auch eine Weile dauern. Ich glaube, ich werde jetzt auf Camp noch ein bisschen was tun, bis eben Sloth Day. und werde euch dann der nächsten Aufnahmesession, weil das ist jetzt meine letzte Aufnahmesession für diese Woche, glaube ich, weil ich muss noch eine Woche vorproduzieren, wegen Weihnachten, Neujahr. Oder ich weiß gar nicht. Vielleicht nehme ich auch noch eine Weile auf. Ich weiß es noch nicht. Ich muss erst schauen. Okay. Auf jeden Fall. Der Part ist auf jeden Fall für heute zu Ende. Das weiß ich auf jeden Fall sicherlich. Ob ich jetzt gleich grinde? Ich glaube nicht, weil momentan ist das alles doch ziemlich erreichbar und es liegt das Zeug doch ziemlich nah beieinander. Ich würde jetzt exakt ungern eine Grinding Session einlegen, weil es jetzt nicht besonders viel Sinn macht, jetzt eine Grinding Session einzulegen. Ja. Ich würde ja auf jeden Fall grinden, damit ich hier auf jeden Fall die Rezepte und die ganzen Sachen, also die Saat etwas verbessern kann. Ach, verdammt, ich muss noch schnell zum Bauern laufen und die Saat kaufen. Habe ich überhaupt Geld dafür dabei? Muss gehen. Weil ich muss die Silberkürbisse wieder veredeln. Ah, ich werde wahrscheinlich zu spät kommen. Ah, verdammt. Du hast was, ich gehe morgen. Bin ich jetzt auf halber Strecke wieder zurückgegangen. Super, ne? Egal. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Part beenden, was ich eigentlich vorgehabt habe. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Graveyard Keeper. Für die Gott. Egal. . Egal. Vielen Dank.